Weil ich bin nicht von der Straße, Habibi, dass du so mich anschreist und mit mir redest. Hast du verstanden? Ich geb dir heute für ihn, Wallach. Komm runter. Ja, Wallach. Komm runter. Und dann hab ich denen gesagt, hör auf damit, Don. Und dann hat er am Ende gesagt zu mir. Warum einfach so von nichts? Von nichts. Ich war meine, äh, am Erklären. Warum setzt man hier TikTok, wenn man ihn anrufen kann und die gefordert wird? Ich rede jetzt gerade mit Kleiner. Du hast doch gerade gesagt. Nein, ich treffe mich jetzt. Ja, ich treffe mich mit ihm alleine. Assalamu alaikum. Wie geht's, Bruder? Als gut? Taroq. Taroq, ja. Ja, Bruder. Wenn ihr seid, dann ist er. Wartet. Ohne Leid, ey. Ohne Leid. Wartet. Mach mal dieser Leid. Komm aus, Siram. Marag. Barhello. Schick mir deine Nummer, ich rede bitte, yallah. Kleine das mit denen. Kleine das mit denen. Kleine das jetzt, schick mir deine Nummer. Es ist Bruder von mir. Habibi, yallah, ciao.